Auf meinem Kanal, ich bin Vince Jordan Official, für die, die mich nicht kennen, sollte aber langsam mal soweit sein, falls nicht, direkt mal Like da lassen und ein Abo nach oben, einfach so liken aus Protest schon, einfach liken, bevor ihr gesehen habt, bei Wettlegen, der, weil Flair bringt seinen neuen Song mit, sie weiß es wie, kenne ich so die Streamer, erstmal Intro direkt. So, nun machen wir das Ganze natürlich ein bisschen seriöser, wir wollen ja hier nicht, äh, ne, so RTL Niveau erreichen, das wäre bescheuert. Boah, alter, geil, ey, unnormal, ey, das kann ich noch. Deswegen, wir gehen mal direkt rein. Ich bin gespannt. Oh, ja, das ist aber so, also ein Song für die Frauen, oder? Scott, der Secret Sauce. Voll geil, Digga, die Gitarre. Oh, sie weiß. Hat was, Alter, Travis Scott Level. Bisschen, 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 schlecht animiert, finde ich, aber es hat, es hat was, dadurch wird das sympathisch, finde ich. Sie weiß, sie weiß, sie weiß sie weiß wie Huuuuuu I got you, you know I got you Woah, 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 woah I want to sing Hahaha Have a richtig lange Zeit, world, bleiben auch hier für live Okay, sie ist der RiRi Type, ich der Young Jeezy Type Let's go, bin immer unterwegs, mm, lass dir die Visa da Ja, es ist witzig, es ist geil Das haben schon viele gemacht, so in den USA Aber ist geil, dass Flair das auch so macht. Hat man nicht mitgerechnet. Das ist fresh. Blick als alleine auf die Skyline durch das Schiebedach. Schenk dir die Keys vom Range. Auch wenn du nie verstehst. Beachte die Noten nicht wirklich. Oh, wenn man ein Video drehst. Baby, dein Nest ist peachy. Peachy, aber das Leben creepy. Yeah, yeah, yeah. Ist das so ein Shirin David-Verschnitt hier auch? Rapper, sie singen wie Tweety. Aber ich fächs im Giener. Immer an Bord und unter Weihnachtsbaum ist nur Chanel. Kann wieder schlafen, ist das Gerichtsverfahren eingestellt. Geiler Flow. Buh, buh, buh. Baby, dein neuer Typ ist soft. Ich weiß, du weißt es selbst. Du weißt es. Aber ich muss jetzt gehen, weil vor dem Haus die Streife hält. Let's go. Fahr den SUV, den er nicht lenkt. Geht das Leben hier, dass er nicht kennt. Nein, nein. Auf die Pillis. Denn du wärst gern wie Frank. Du wie Fisherman's Ranch. Komm in den VIP und alle gehen fremd. Sie weiß. Sie weiß, sie weiß, sie weiß, sie weiß. Sie weiß wie. Yeah, yeah. Sie weiß, sie weiß. Du hast keine Autorität. Wer bist du? Verpiss dich. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Aber du mein Supporter. Baby, Baby, die Playlist soft. Aber der Sex ist sad. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Cooler Song. Feier euch. Richtig gut. Gebe dir Vivi Essens. Aber kein Plexiglas. Kein. Für deine Eltern ist der Rapper hier zu kriminell. Okay. Aber die Louis Beck, sie kauft sich leider nicht von selbst. Nein, nein. Aber dich nur belastet. Sorry, so ist meine Welt. Ey. Aber ich muss jetzt gehen, weil vor dem Haus die Streife hält. Flirt ja gesagt, am Ende ist eine Überraschung wegen diesem ganzen Asche-Mäus-Kram und so. Da bin ich echt gespannt, was da kommt, Alter. Fahr den SUV, den er nicht flink. Nehmt das Leben, die er, das er nicht kennt. Auch die Pillys, so wie Fisherman's Rent. Ich muss immer wieder, das ist so geil, Alter. Komm in den VIP und alle gehen fremd. Falls ihr euch wundert, warum ich so oft stoppe, in letzter Zeit sind echt viele Reactions von mir immer mal wieder geblockt worden, weil ich es dann länger als 20, 30 Sekunden am Stück, ich bin eigentlich Fan davon, Musik zu hören und ich hasse Unterbrechung, aber muss man durch jetzt, Alter. Sie weiß, sie weiß, sie weiß, sie weiß, sie weiß wie. Entspannt, schön beim Hören so. Was gibt's, gibt's Geschenk zurück oder was? Ich kann das nicht annehmen. Flair, sorry, ich kann nicht dein Shireen Bay sein. So, ich bin gespannt. Flair, sind Sie eigentlich der Kettenhund der Abou-Chakas? Kettenhund? K-K-Kettenhund? Kettenhund? K-K-Kettenhund? Abou-Chakas? Kettenhund? K-K-K-Kettenhund? Kettenhund? Warum sind Sie immer so akustiert, Herr Luzensky? Kettenhund? K-K-Kettenhund? Kettenhund? K-K-Kettenhund? Abou-Chakas? Kettenhund? K-K-Kettenhund? Kettenhund? K-K-Kettenhund? Warum sind sie immer so aggressiv, Herr Luzenski? Ah! Fragen über Fragen. Warum? Weil wir sind aus West-Berlin. West-West-West-Berlin. Hau rein. Wer kennt das noch? Du bist anders als wir. Du bist... Darf man auf Twitch nicht sagen. Wenn es euch gefallen hat, Abo dalassen. Daumen nach oben. Leute, brutal. Wir wollen auch gar nicht zu lange labern. Ich hasse diese Reactions, wo die Leute so... Ja, mit der Line meint er folgendermaßen. Da ist damals 1970. Und dann hauen die Leute richtig raus. Dann können wir uns auch gleich hier so einen 30-minütigen Asche-Districk anschauen. Das ist hier nicht der Fall. Wir lassen uns kurz und knackig. Das Outro für euch. Peace. Ich bin raus.